...durch, die Leute dann auch, aber den riesigen schwarzen Stein... ...dass es ist eine der fünf Säulen des Saisers, jeder oder noch im Kurs, der sich leistet, sollte einmal im Leben nach Meckham-Wildgang, so steht es, die war an. Die Winterzeitstunde vor der Tür erwähnt, die Warme nicht. Habe ich schon richtig gemacht? Zeig mal. Danke. 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 Danke.